Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren App Review vom iPod Toucher 3G. Heute habe ich ein Spiel für euch, das nennt sich Angry Birds und ist im Moment das meistverkaufte Spiel im App Store. Wie ihr seht ist das Spiel von Click Gamer und ich zeige euch jetzt einfach mal, was sich hinter dem Namen Angry Birds verbirgt. Wir sind jetzt im Hauptmenü und ihr seht hier einmal die Information über die Entwickler. Hier kann man den Ton ein- und ausstellen. Hier kann man Online Highscore machen, mache ich aber nicht. Und hier kommt man zu der Internetseite. Ich mache jetzt einfach mal auf Play. Und hier hat man jetzt zwei Episoden zur Auswahl. Ich habe leider erst die erste freigeschaltet. Und deswegen kann ich euch nur die erste zeigen. Jetzt gibt es hier drei Oberkategorien. Hier oben ist die 1. Das ist das erste Gebiet sozusagen. Das zweite Gebiet bin ich jetzt gerade bei. Und dann gibt es noch ein drittes Gebiet in dieser Episode, das ich aber auch noch nicht freigeschaltet habe. Es gibt jetzt in jeder Oberkategorie 20 Levels. Gar nicht 21. Das 21 ist dann das Level, das man schaffen muss, um dann diese nächste Kategorie freizuschalten. Also ihr könnt jetzt jedes Level hier theoretisch nochmal spielen, das ihr schon geschafft habt. Zum Beispiel hier das hier nehme ich jetzt einfach mal. Also, ihr habt jetzt hier eine Schleuder und Vögel. Das ist jetzt ein roter Vogel. Der hat keine Spezialfunktion. Also, den muss man einfach nur mit treffen, theoretisch. Den schieße ich jetzt mal. Ja. Ziel ist es immer, bei jedem Level, diese grünen, ich weiß gar nicht was das ist, Monster, sage ich einfach mal, zu zerstören. Indem man einfach auf die schießt und entweder direkt mit einem Vogel die trifft oder irgendein Gegenstand, der das Ding zerstört. Ähm, ja, also ihr zieht hier einfach diese Schleuder und lasst einfach los und so schon schießt der. Und wie ihr jetzt seht, ist der kaputt. Ich habe Punkte dafür gekriegt und bekomme jetzt auch noch Punkte, dass ich noch einen Vogel übrig habe. Also nicht alle gebraucht habe. Ich könnte jetzt theoretisch das nächste Level machen, das Level wiederholen oder hier links nochmal zum Hauptmenü zurück. Ja, jetzt habt ihr diesen Vogel gesehen. Es gibt aber noch weitere Vögel, die dann andere Spezialfähigkeiten haben. Ja, ich mache jetzt einfach mal dieses hier. Das ist ein Level nur mit schwarzen Vögeln. Und schwarze Vögel haben halt die Funktion, sie sind wie eine Bombe. Sie sehen auch so aus. So, ich schieße jetzt einfach mal. So, jetzt seht ihr, trifft er und jetzt explodiert er nochmal. Und ist so besonders effektiv gegen Stein. So. Hier ist es natürlich wieder Ziel, die ganzen grünen zu zerstören. Und das ist auch nicht so ganz leicht. Ja. Das wäre das. Und hier zeige ich euch jetzt noch andere Vögel. Und zwar haben wir hier noch den kleinen. Der ist besonders effizient gegen Glas. Also, ich schieße den jetzt mal. Und jetzt im Flug drücke ich den nochmal an. Und dann werden aus einem Vogel drei. Und so richtet der natürlich umso mehr Schaden an. Ja. Jetzt der gelbe Vogel. Der ist irgendwie, finde ich, der beste. Weil, wenn man den schießt, fliegt der erst ganz normal. Dann drückt man auf den. Dann beschleunigt der nochmal. Wird so richtig schnell. Und durchbricht immer Holz. Gegen Stein ist er jetzt nicht so gut, aber dafür haben wir ja die Bomben. Ähm, ja. Wie gesagt. Man hat halt immer diese verschiedenen Vögelarten. Und muss die natürlich genau gut einsetzen. Und sich überlegen, wo man die hinschießt. Um natürlich zu schaffen. Dieses Level. Ja, das war jetzt irgendwie nicht so richtig deutsch. Aber egal. Das ist halt die Schwierigkeit in dem Spiel. Dass man a. auch noch treffen muss, da wo man hin will. Und dann noch mit den richtigen Vögeln. So, was halte ich jetzt von dem App? Das App ist, finde ich, richtig cool. Kostet 79 Cent. Und ist nicht ohne Grund das meistverkaufte App im Moment. Ähm, holt euch das auf jeden Fall. Macht Spaß zu spielen. Und man sitzt auch länger dran. Weil man länger auch mal an manchen einzelnen Leveln sitzt. Zum Beispiel an manchen habe ich bestimmt 20 Anläufe gebraucht, um das zu lösen. Ja, und das wird mit Sicherheit auch noch interessanter in den höheren Episoden. Also kauft euch das und probiert weiterzukommen als ich hier erstmal. Man muss dazu sagen, ich habe das noch nicht so lange gespielt. Vielleicht eine Stunde. Ja, das war es eigentlich zu dem App Review zu Angry Birds. Hat auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung von mir. Und ihr wisst jetzt, ob ihr euch das kaufen sollt oder nicht. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Video.